So, pass mal, wer räumt da den Müll weg? Ja, wir müssen dringend gießen gehen. Können wir wir eigentlich eine Gäbnerin erstellen? Jetzt muss ich mal schauen, pass auf, wie können wir denn das machen? Ja, wir müssen noch einen unbezahlten Urlaub, Dienst anrufen. Also zumindest früh hat es einmal eine Gäbnerin gegeben, die ist dann regelmäßig vorbeigekommen und hat die Pflanzen gekostet. Ich weiß nicht, ob es das bei Sims 3 auch noch gibt. So, nach Hause einladen möchte man die Jenny Jones Brown. Und ihr werdet wie immer wieder keine Zeit haben. Achso, sie hat halt das mit Zeit, ja wunderbar. Die hat uns ja noch gar nicht gesehen, also in der Statue jetzt. Pass auf, Dienste. Haushaltshilfe, regelmäßig. Handwerker? Eine Gärtnerin gibt es wirklich nicht mehr. Eine Haushaltshilfe. Ja, ich glaube, das wird uns noch zu teuer, oder? Aber wir könnten ein Kind adoptieren, oder? Gut, wir wollten eigentlich der andere anhängen, irgendwie. Aber die mag ich irgendwie nicht. Also die Jenny meine ich. Da ist sie schon. Mit der haben wir uns ja in der letzten Aufnahme gefetzt, gell. Weil die uns doch beschissen hat. Was ist denn das für lustlose Begrüßung, Alter? Ja, dann müssen wir uns noch mal ohne werfen. Weil mir, wie gesagt, alles sie verloren haben. So, sie muss gerne was unternehmen. Ja, wir müssen uns mal ohnehalten. Weiß uns wird jetzt nix mehr. Zudem möchte der Koal noch sehen, wie der Maike mal heiratet, oder so. Vielleicht bringen wir das noch irgendwie fertig. Bevor er abgeratzt. So, zwischendurch mal wieder wohnig. Noch ein Dopfung. Ui, der ist frisst das zusammen. Das war's für heute. So, ich glaube, das ist die Buske, man. So, was ist der Merv? Wollen wir den vielleicht mal... Weiß ich nicht. Wollen wir denn schon wieder... ein Techtel-Mächtel machen? Moment mal, Coil. So, wir müssen da unten ins Telefon gehen. Ja, können wir machen. Der Coil ist zur Zeit irgendwie... Wollen wir, sehr aktiv. Zuerst einmal die ganzen Sprengungen. Aber ich werde dringend... eine Dusche. Sie müssen etwas mehr auf... ernten. Genau, er flockt schon mal im Bett drin. Wie wäre es denn, wenn die mir auch mal aufgeschaut? Das treibt der Coil auch so. Aber hinterher dürfen wir gleich wieder gießen. Und wir werfen uns noch mal an die Ohne, dass wir da mal vorwärts kommen. Was ist das? Was ist das? Wie war es denn? Hast du denn hier? Wie war es denn? Wie war es denn? Den... Was ist das? Ich bin der ist. dann mal das tratschen und tächtel mechel gibt es kontinuier und dann im moment eben nicht was treten die katze unten die schreit da und was ist das muss ich nicht so weit rechnung bezahlen musste für rechnung 1230 das wird wahrscheinlich die rechnung sei für die sachen was wir kaputt gemacht haben aber es geht eigentlich dafür haben wir ja über 6000 eugen und der karl hat den sechsten fähigkeitspunkt in der gartenarbeit pass auf der ding muss er joggen geh eine stunde müsste er joggen und die karl steht die überhaupt noch mehr auf oder wie dann müsst ihr den rest essen und dann müsst ihr unbedingt abernten pass auf mit dem mike wollte mal joggen gehen ja wie mache ich denn das muss ich denn jetzt moment im pass auf dann lassen wir mal ein bisschen rum rennen ach so scheinbar hat irgendwie muck ist doch nun eine stunde brauchen wir ja das dauert ein bisschen dann rennen wir halt noch ein bisschen hinter aber es geht ja noch ist ja gleich voll und dann kann er gleich wieder zurück rennen so seht ihr es hat er schon mal fertig und jetzt muss er mit oliver sprecher also wegen dem gerät ach so der wohnen gleich im sechsten oder ist doch super und es gibt 550 simoleons ja langsam kriegen wir kohle zusammen so da muss man ein bisschen aufmerksamkeit erregen morgen oder wir was war denn das jetzt was hat er ein ferngespräch so da kann ich ja nicht so da kann ich doch da kochen moment einmal was ist denn das hier nicht die holy greenwood was sind die da draußen Die kennt doch aber nicht hier, oder? Jetzt ist er noch geredet, oder wie, der Paparazzi? Und die Kala, was treibt die? Achso, die ist immer noch im Garten draußen. Und drin hat man fast aufräumen. Bin ich gerade mal überlegen, ob man nicht schon wieder eine kleine Zerstörungstumor an, als mit dem Kolmone. Pass auf, vielleicht wollen wir nochmal auf den Schrubblatt schauen. Der Schrubblatt, der ist, Moment. Den finde ich jedes Mal nicht. Der ist aber gleich am See irgendwo. Wo ist denn der? Das ist die Disco, gell? Da müssen wir auch noch hin. Ja, Moment. Wenn der dann in die Disco muss. Oder möchte, wie gesagt. Dann könnte er doch jetzt einmal schlafen gehen. Damit er nach einmal fit ist. Und dann können wir ja in der Disco irgendwas in die Luftjung. So ist es ja nicht. Und bei uns schaut es gerade irgendwie richtig dreckig aus. Sagen wir mal, sind wir wieder in Hollywood oder wie? Hier. Die Hände alle in unseren Garten hinten umeinander. Die Hände alle in unseren Garten hinten umeinander. Die Hände.